Musik Hi, mein Name ist Selina Frick. Ich mache hier meine Ausbildung zur Industriekauffrau mit Zusatztechnik. Mein Name ist Sophia Meyer. Ich mache ebenfalls Industriekauffrau mit Zusatztechnik. Und wir sind heute auf der Suche nach dem coolsten Job. Und ich würde sagen, los geht's. Also ich glaube, ich habe den coolsten Job. Also den coolsten Job habe natürlich ich. Wer denkst du, hat den coolsten Job bei der Firma Spä? Ja, ich natürlich. Hallo, ich bin Robert und ich muss sagen, dass Bernd den coolsten Job hat. Also der coolste Job hat Frau Sandraspä, aber natürlich auch der coolste Job dahinter. Hallo, ich bin der Bernd Heilberger. Ich arbeite hier in der IT-Abteilung. Ich bin Sandra, bin 23 Jahre alt, bin schon sechs Jahre bei der Firma Spä und habe da immer Ausbildung schon gemacht. Also mein Name ist Daniel Hül. Ich bin stellvertretender Teamleiter in der Firma Spä. Also ich bin Manuela Ormler-Ort. Seit sieben Jahren hier in der Wareneingangskontrolle tätig. Ja, ich bin die Martina Rock und arbeite schon 30 Jahre in der Firma. Würdest du die nochmal für die Firma Spä entscheiden? Ja, mit Sicherheit. Also ich fühle mich hier sehr wohl. Es gibt Höhen und Tiefen, aber die Höhen überwiegen. Wir sind hier praktisch die Materialpolizei der Firma Spä. Wir sind für den Werkstoff verantwortlich, wenn er reinkommt, bis er das Haus verlässt, dass das wirklich in Ordnung beim Kunden ankommt. Und dafür stehen wir ja für Qualität. Also gerade zur Zeit ist halt die Automatisierung ein unheimlich großes Highlight und wir machen eine unheimlich große Entwicklung gerade durch in der Produktion. Für die Firma Spä ist das Betriebsklima sehr super, die Kollegen sind voll nett und meine Arbeit macht richtig Spaß. Die Firma Spä ist ein toller Arbeitgeber, wo man sehr viele Freiheiten hat, vor allem Freiheiten im Denken. Ich freue mich jeden Tag hier zu sein und ich habe super coole Kollegen. Bernd, du arbeitest hier mit mir in der IT-Abteilung mit den neuesten Technologien wie mit mir und bringst mir richtig super Sachen bei. Du hast definitiv den coolsten Job, Bernd. Echt cool. Mein Job ist sehr abwechslungsreich. Ich mache Vertrieb, Einkauf und auch Backoffice. Und meine aller coolste Sache beim Job ist, dass ich seit kurzem nur 3D-Druck machen darf. Also der coolste Job hat glaube ich erstens jeder in dem Unternehmen, aber der aller coolste Job, den habe einfach ich, weil ich einfach das allerbeste Team habe und eine riesen Abwechslung. Also der coolste Job hat Frau Sandra Spä, weil sie gibt uns tolle Möglichkeiten, uns zu entfalten. Du hast ein tolles Team, du hast jederzeit Ansprechpartner und wir können unsere Arbeit auch einteilen, so wie wir das möchten. Klar ist manchmal echt eine stressige Zeit da, aber trotzdem kommt man jeden Morgen kaum zum Schaffen. Was denkst du, wer hat den coolsten Job bei der Firma Spä? Ja, ich natürlich bin da. Das ist ganz blitz. Könntest du uns das vielleicht beweisen? Nein. Also ich finde, dass die Sandra Kieferle von der Abteilung Dreh- und Freisteile den coolsten Job bei der Firma Spä hat, weil die auch fast so viel Verschiedenes machen darf. Und cool finde ich es auch, dass wir neuerdings ja in den 3D-Druckbereich eingestiegen sind. Ja, das stimmt. Bloß finde ich eigentlich letztendlich haben wir Azubis den coolsten Job bei der Firma Spä, weil unsere Ausbildung mit so vielen spannenden Projekten verbunden ist, gerade so einen Tag wie heute. Und deshalb haben wir Azubis bei der Firma Spä den coolsten Job. Gleitzeit, Träumer, Realist, Netflix, Netflix, Porn, Porn, Pizza, Brand, Blond, Land, Stadt, Schwitzen, Ohne Wohlzeit, Butter, Sport, Sport, Urlaub, Arbeiten, Spätausstehen, Tanzen, Ausbildung, Geld im Beruf, Spaß, Spaß am Beruf, Snapchat, Party, Party, Fußball, Werkstatt, Gold, Ergeben, Chips, Adeliebe, 100 Millionen, Hammer, Mama, Kein Fernseher, Ja, kein Fernseher, Vergangenheit, Zukunft blicken, Bier, McDonalds, like, Schورit, eschön.